Musik Willkommen zu einem neuen Abenteuer mit Caillou. Bevor du anfängst, wähle einen Charakter aus für dein Spielerprofil. Toll, jetzt kannst du den Tag mit Caillou verbringen. Du kannst ihm Frühstück machen, ihm in der Schule helfen, im Park spielen, Pizza machen und viele andere Sachen. Wo möchtest du? Guten Morgen, kannst du mir helfen, Caillou aufzuwecken? Oder würdest du lieber sein Frühstück vorbereiten? Toll, jetzt kannst du den Tag mit Caillou verbringen. Guten Morgen, kannst du mir helfen, Caillou aufzuwecken? Oder würdest du lieber sein Frühstück vorbereiten? Caillou, Zeit aufzustehen! Willst du mit Caillous Wecker spielen? Hör gut hin und bewege den kleinen Zeiger zu der angesagten Stunde. Wenn du fertig bist, klicke den Button, um zu sehen, ob du es gut gemacht hast. Es ist 7 Uhr abends. Es ist 4 Uhr nachmittags. Es ist 8 Uhr morgens. Glückwunsch! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Wie lustig! Wir werden Caillou anziehen. Aber pass auf, du musst durchs Fenster schauen und ihm die richtige Kleidung anziehen. Je nachdem, was für Wetter ist oder was er machen wird. Wenn du fertig bist, klick den Button, um zu prüfen, ob er gut angezogen ist. Krieg den Button, um zu sehen, wenn du das Spiegel Г Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Zeit fürs Frühstück. Wusstest du, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist? Caillou liebt es gut zu frühstücken. Als allererstes hilft Caillous Mama, dieses leckere Obst zu schneiden. Super! Sehr gut! Perfekt! Weißt du, wie man Frühstücksflocken mit Milch zubereitet? Jetzt musst du Caillou nur noch helfen, den Tisch zu decken und dein Frühstück genießen. Gut gemacht! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Nach jeder Mahlzeit muss Caillou seine Zähne putzen. Wähle eine Zahnbürste und eine Zahnpasta. Sehr gut! Jetzt, das machst du sehr gut! Und jetzt kannst du die Zähne putzen, bis sie glänzen. Sehr gut! Jetzt ist es an der Zeit, den Mund auszuspülen. Zieh das Wasserglas zu Caillou. Glückwunsch! Die Zähne glänzen jetzt ganz weiß. Wunderbar! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Jetzt kannst du Caillou zur Schule begleiten. Bring Caillou zur Schule, indem du die Richtungspfeile drückst und denk daran, dass man immer... Nein, nein! Gut gemacht! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Such dir eines der wählbaren Puzzle aus. Wähle die Anzahl der Teile aus und viel Spaß dabei! Ja, das ist das, was ich dich elevated. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020